Laut ist immer auf der Wiesn, Rosi Mittermeier ist jetzt bei uns und Rosen, Rosen, geschossen, bekommen vom Göttergarten. Sollte ich jetzt ehrlich sein, der Fischer Fritz, der hat mir gezeigt, wie ich das Gewehr halten muss, ich habe selber geschossen. Darum habe ich gelbe bekommen, weil von ihm hätte die rote bekommen. Ich muss kurz fragen, die Ehefrau muss sich selber die Rosen schießen? Ja, weil es gab nur gelbe Rosen und wenn, dann schieße ich nur auf rote Rosen. Aber bekommt sie heute noch Rosen? Das war jetzt nicht abgesprochen. Nein, aber das war super nett. Da verstehen sich zwei. Ja, manchmal gibt es auch Disteln. Das war doch nett gesagt. Danke für das kurze Interview. Und jetzt gehen wir zum Essen. Genau. Jetzt lassen wir es uns durchgehen. Genau.